www.easyshopper.de Was soll ich sagen, wir sind beeindruckt über Sie, liebe Kundinnen und Kunden, dass Sie es doch so zahlreich und so auch gut angenommen haben. Wir freuen uns über jeden neuen Kunden, der den Easy Shopper einfach mal ausprobiert. Und dazu haben wir selbstverständlich immer noch für Sie hier vorne Personal mit, welches den Einkaufswagen, den neuen Easy Shopper Ihnen dann mit erklärt. Und es kann nichts schief gehen. Gehen Sie einfach mal zu unserem Personal. Lassen Sie sich das erklären, wie das funktioniert. So schlimm ist es nicht. Also keine Angst vor der Technik. Eine sehr, sehr häufige Frage, die uns wieder gestellt wurde, ist, was passiert jetzt mit den Mitarbeiterinnen an der Kasse? Die müssen ja gar nicht mehr kassieren. Das ist ganz und gar nicht so, denn wir werden keine Kassierin durch unseren Easy Shopper jetzt entlassen müssen und auch nicht werden. Denn unsere Kassierin, das sehen Sie, haben ihre eigene Kasse dann auch noch mit. Sie fahren mit dem Easy Shopper wie gewohnt an die Kasse und werden dort auch von einer Kassierin oder einem Kassierer bedient und auch nach ihrer Zahlmöglichkeit gefragt. Denn das war auch eine weitere Frage, wie kann ich denn mit Zahlen? Es gibt wie gewohnt auch weiterhin diese drei Zahlmethoden. Einmal ganz normales Bargeld, zweite Ihre EC-Karte oder auch Ihre Kreditkarte. Diese drei Zahlmethoden können Sie wie gewohnt an der Easy Shopper Kasse auch mit tätigen. Ein riesengroßer Vorteil von dem Easy Shopper ist natürlich die extra Easy Shopper Kasse in der Anzahl zwei Stück. Und Sie können hier quasi wie auf der Überholspur direkt zur Easy Shopper Kasse gehen. Wie das Ganze funktioniert, das kommt jetzt in unserem kleinen Erklärfilm. Wie es sich anfühlt, wenn Einkaufen endlich cool ist? Machen Sie es doch einfach. Mit Easy Express. Was Sie brauchen, ist die Easy Shopper App auf Ihrem Handy. Der Rest ist einfach. App an, Easy Express starten und Produkte einscannen. Easy Express funktioniert übrigens auch mit nicht scannbaren Produkten wie Obst oder Gemüse. Easy Express ist perfekt für den kleinen und schnellen Einkauf. Und an der Kasse alles wieder aufs Band legen? Aber nein, das war gestern. An der Easy Kasse einfach die App vorzeigen, bezahlen und fertig ist der Einkauf. Easy Express. Einfach und schnell einkaufen.